Es ist für mich eine unglaublich tolle Herzlichkeit mit der Flensburger, mit Gästen umgehen, aber eben auch mit Zugezogenen wie mir. Also ich wurde hier sehr, sehr herzlich aufgenommen, sei es bei Orion selbst, aber eben auch in Flensburg. Das hat mir das Ankommen nie schwer gemacht. Der Orion-Versand ist einer der größten Erotik-Versandanbieter in Deutschland und hinter uns sieht man ja auch unser automatisches Hochregalkartonlager, was im Übrigen auch eines der modernsten Hochregallager Europas ist. Wir sind hier gegründet worden und wir sind seit über 30 Jahren am Standort in Flensburg, weil wir der Region unheimlich verbunden sind. Kunden können sich auf die Qualität verlassen, die Orion ausliefert. Dafür sind wir sehr bekannt im Markt und vor allem auch international als Global Player geachtet. Es ist nicht Hamburg, aber es ist auch nicht die kleine Stand, sondern es ist irgendwas dazwischen und es ist eine sehr gelungene Mischung. Orion ist sehr, sehr auf regionale Kooperationen fokussiert, um das einfach mal ganz einfach zu sagen, aus Liebe zu Flensburg. Gerade bei Weiche stehe ich eigentlich am liebsten auf der Stehtribüne. Mittlerweile auch eine Herzensangelegenheit, die ich privat auch mit viel Engagement und Euphorie verfolge. Auch wenn das Unternehmen mit dreieinhalb Mitarbeitern sicherlich zu den größeren gehört, ist es eine sehr familiäre Atmosphäre und auch sehr kollegial, einfach sehr angenehm. Deswegen macht es auch so viel Spaß hier zu arbeiten.